Ich habe Sie bei der Zwangsversteigerung, der US-Marshals für ein Zehntel des Preises bekommen hat. Die haben da alles, die haben. Boote, Autos. Mein Fehler, Sie haben den Kopf voll. Im Montag werden ausfänden den Baby bekommen. Ja, sehen Sie sich die Akten an, jetzt, und nennen Sie mir ein paar der Verbrecher. Also gut, und Freakly? Freakly. Den mir ein Kasudel. Kasudel, das ist ein Glück. Kasudel, das war jetzt leider. Sie meinen, er ist ein Informant. Ja, dann sehen Sie mir schon mal diese hier. Gina Nicoletta, Jimmy Valentine. Das sind alles Formelle des FBI. Ja, aber davon gibt es etwa 20. Sieht aus, als hätte jemand beschlossen, in Ihrem ganzen Verbrecher nicht schlafreundlich zu verfolgen. Tja, vielleicht ist das Hauptpartei der Meinung, man sollte den ganzen kleinen Kram nicht ausführen, um dann an die Begrüßung, um damit heranzukommen. Das sind aber keine Kleinigkeiten, das sind Kapitalverbrechungen. Drogenhandel, Verpreisung, Betrug. Ja, und wenn ich als Ihre Opfer bin, würde ich so ziemlich alles tun, damit diese Fälle öffentlich werden. Hier sind weitere Gruppchen und Mikrofrakturen, auf der Hinterseite der Rippen und des Sternens. Die Verletzungen an der Seite hinten und Frau, ist die von Ihnen explodiert, oder was? Wie ist das überhaupt möglich? Nun, alles ist möglich für Mr. Bray, außer an den Zerber in das Haus und des Sternens. Der König des Geheimkonten hat einen Lauf. Ich habe die Ergebnisse des Partik, jetzt das mit den Knochen gefunden hast. Das ist ein Kampfhahn, wird für Feuerwerkskörper verwendet. Und? Es wird entschieden, dass die Inhalte so wurde, hier zu einem also viel Problem. Der Täter hat hier dann selbst gewusst, den Beschlussstoff in den Hand zu schieben. Es gibt nur einen Weg, das herauszuführen. Ich bin diesem Mann unten, wenn wir es lieber auflassen, mache ich eine Weise.